Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich spreche gerne über die Themen, die in meiner Sprechstunde häufig vorkommen. Und ein Satz, den ich häufig am Tag höre, stört mich ein bisschen. Warum, werde ich Ihnen gleich sagen. Es ist der Satz, das tut gar nicht weh. Dieser Satz stimmt meistens nicht. Er ist falsch, er ist nicht wahr. Und wenn wir darauf beharren, dass wir ihn weiter benutzen, dann machen wir uns unglaubwürdig. Das ist der Grund, warum ich die Eltern dann verbessere. Wenn zum Beispiel bei der Impfung die Eltern sagen, das tut nicht weh. Ich verbessere sie und sage, doch, der Piekser tut weh. Aber er ist nur ganz kurz und du wirst es aushalten, du wirst es sehen. Und ich werde dir dabei helfen und biete entsprechende Tricks an, mit denen es tatsächlich für das Kind leichter ist, den Piekser zu ertragen. Aber wichtig, wahrhaftig bleiben. Das ist übertragbar auf den Alltag. Ein klassisches Beispiel, das mir aus meiner eigenen Kindheit in Erinnerung ist, ist ein Spaziergang, zu dem Kinder relativ selten wirklich Lust haben. Wenn man da sagt, es ist ja gar nicht weit. Das ist meistens in den Augen des Kindes ebenfalls falsch. Und es wäre dann besser zu sagen, es wird zwar schon eine Weile dauern, aber wir machen interessante Pausen dazwischen. Und wir machen das gemeinsam. Und du wirst sehen, es wird Spaß machen. Das ist eine ehrlichere Antwort, als zu sagen, ist doch gar nicht weit. Schon mein Opa sagte zu mir, ehrlich wird am längsten. Und ich glaube, er hatte recht. Das Impfbuch heißt, ein solches Heftchen sollte eigentlich jeder besitzen. Ich möchte Ihnen erklären, was es mit diesem Impfbuch auf sich hat. Mit Ihnen einmal durchblättern, denn ich merke, vieles von dem, was da drin steht, wird überhaupt nicht verstanden. Und das wird besser sein, wenn Sie dieses Video gesehen haben. Zäpfchen. Zäpfchen sind eine Medizinform, die vielen Eltern große Probleme machen. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie sie am besten verabreichen und wie Sie Probleme mit Zäpfchen vermeiden können. Augentropfen bei Kindern verabreicht. Ich erfahre in meiner Sprechstunde, dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem bei den kleinen Kindern. Die wehren sich nämlich mit Kräften gegen die Augentropfen. Und wenn man sie häufiger geben muss, erst recht. Und wenn man sie nicht verabreicht.